Oh mein Gott Freunde, ihr habt in dem Video gestern den Daumen blau geschlagen und zwar richtig krank blau geschlagen. Ich hoffe ihr kriegt keine Anzeige dafür. Dafür lese ich euch heute direkt noch eine Geschichte vor. Bevor wir aber anfangen, gehen noch ein paar Grüße raus an Laura, Nuria, Sandra Boll und ihre Freundin Sarah, SS Aliouf69, Inara, Paulie Melampi, Jim Buffy, Kirschinesi und of course Team VfB, das Team aus meiner Heimat, Svenja J. Falls du uns noch nicht folgst, wir sind jetzt auf Instagram und Snapchat und wir würden uns freuen, wenn du uns abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du nie mehr eine Gruselgeschichte verpasst und du der Erste bist, der sie hört. Jetzt aber genug geredet und wir fangen direkt an. Viel Spaß. Unknown. Hi. Me. Ähm, hey. Kennt man sich? Kann sein. Nein. Jetzt mal ohne Scheiß. Wer bist du? Das wüsstest du wohl gern. Was? Okay, hör mal. Ich kann dich auch einfach blocken. Ich hab dich schließlich nicht angeschrieben. Hahaha, bleib ruhig, girl. Ich sag dir schon noch, wer ich bin. Hm. Glaubst du im Ernst, dass ich jetzt einfach so weiter mit dir schreibe, ohne zu wissen, wer du bist? Ja. What the fuck? Wie kommst du da rauf? Gib's zu. Ich hab dich neugierig gemacht. Hm. Hä? Okay, na schön. Vielleicht ein ganz kleines bisschen. Aber bild dir jetzt bloß nichts darauf ein. Ein paar Minuten später. Bist du noch da? Vermisst du mich denn etwa schon? Haha. Sag mal wenigstens, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Was soll das Ausrufezeichen? Äh, was soll das Fragezeichen? Mann, ich kennzeichne meinen Satz als Aufforderung, so wie du deinen als Frage. Haha, ist ja gut. Calm down. Antwortest du mir nun? Na schön. Ich bin ein Junge. Aha. Komm, geht noch ein wenig mehr Begeisterung? Ich habe dir gerade den ersten Hinweis auf meine Identität gegeben. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Luftsprünge machen? Zum Beispiel. Fick dich. Fünf Minuten später. Soll ich ihm nochmal schreiben? Und warum antwortet er mir nicht mehr? Warum zum Henker mache ich mir Gedanken darüber? Okay, ich muss dazu geben, dass es irgendwie lustig war, mit ihm zu schreiben und er machte mich neugierig. Aber gleichzeitig könnte es sein, dass da irgendein alter Pädophiler saß und sich sonst was erhoffte. Oder noch schlimmer? Was, wenn die Jungs aus meinem Jahrgang sich wieder einen Spaß mit mir erlaubten? Das wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal. Naja, aber was hatte ich groß zu verlieren? Hey, noch da? Zehn Minuten später. Pff, daneben nicht. Hi. Zwei Minuten später. Ich hab gesehen, dass du meine Nachricht gelesen hast. Was ist los, Alison? Eingeschnappt? Woher kennst du meinen Namen? Denkst du, darauf gebe ich dir eine Antwort? Okay, du kennst meinen Namen. Also entweder kennen wir uns. Oder? Oder du bist ein extrem kranker Psychopath. Du meinst ein Stocker-Plus. Ich korrigiere mich. Fragezeichen. Kommt aufs gleiche hinaus. Aber wenn du schon damit anfängst, muss ich mir Sorgen machen? Glaubst du, wenn es so wäre, würde ich dir das jetzt sagen? Schatzchen, du bist schon ein klein wenig naiv. Ach, halt den Mund. Ich bewege meine Finger. Ich weiß ja nicht, ob du deine Nachrichten, die du schreibst, mit deinem Mund eingibst. Naja, jedem das seien, ne? Haha, wie lustig. Ich musste krankhaft mein Grinsen unterdrücken. Auch wenn er es nicht sehen konnte, ärgerte ich mich doch ein wenig über mich selbst, dass der Typ mich zum Lachen brachte. Ich wette, du fandest es lustig. Hast du dich jetzt in mein Handy gehackt und stalkst mich durch meine Kamera? Also fandest du es lustig. Und nein, ich kenne dich einfach, aber keine schlechte Idee. Willst du mich verarschen? Nimm dir nicht alles zu Herzen, was ich sage. Ein paar Minuten später schickst du mir ein Foto von dir. Hast du sie noch alle? Ganz sicher nicht. Ach komm, ich weiß doch sowieso schon, wie du aussiehst. Und wofür willst du dann ein Foto? Um dich nie zu vergessen. Wäre das hier nicht komplett abgedreht und völlig creepy, wäre das schon fast romantisch. Komm schon, nie. Ich habe nein gesagt. Einige Minuten später. Okay. Was, okay? Ich schicke dir ein Foto von mir. Im Ernst? Ja. Aber nur, wenn du mir eins von dir schickst. Keine Chance. Dann eben nicht. Ein paar Minuten später. Ich bekomme mein Foto schon noch. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Hey, noch da? Komm sofort wieder online. Arschloch. Da geht man einmal offline, um seinem menschlichen Bedürfnis nach Nahrung nachzugehen und wird hier gleich beschimpft. Seriously? Kann ja kein Mensch an, dass du was essen gehst. Und ich dachte, jetzt habe ich dich vergrault. Na Gott sei Dank ist das nicht so. Alison hat mir verziehen. Mein Abend ist gerettet. Wow. Machst du dich gerade über mich lustig, du Arsch? Nein. Ist klar. Ach komm schon. Ist doch nur Spaß. Einige Minuten später. Alison? War wirklich nicht böse gemeint. Wenigstens kann ich jetzt schon mal ausschließen, dass wir uns kennen. Wieso? Weil du dann wirstest, dass ich bei sowas keinen Spaß verstehe, du Arsch. Du meinst wegen den Wichsern von deiner Schule? Hm. Also ja? Okay, vielleicht kennst du mich doch. Sag mal bitte, wer du bist. Sonst was? Sonst schreibe ich nicht mehr mit dir. Mal sehen, wie lange du das schaffst, Süße. Fuck you. Glaubst du, ich bin so abhängig davon, mit dir zu schreiben? Dann hast du dich aber geschnitten. Allein, dass du versuchst, dich recht zu fertigen und mir diese Nachricht geschickt hast, beweist mir das Gegenteil. Arsch. Ist Arsch jetzt dein neuer Kosename für mich? Solange ich deinen richtigen Namen nicht kenne, musst du wohl damit Vorlieb nehmen. Was soll das, Herz? Das war ironisch gemeint, du Idiot. Ist klar. Das wird mir jetzt zu anstrengend. Ich verblamper hier nicht länger meine Zeit. Bis morgen. Wüten warf ich mein Handy auf mein Bett. Was dachte dieser Typ bloß von sich? Ich war doch nicht abhängig von irgendeinem doofen Chat. Zugegeben, er war der einzigste, mit dem ich schrieb, da mich niemand von meiner Schule leiden konnte, seit... Hey, wie geht's dir? Seit wann fragst du, wie es mir geht? Seit ich gehört habe, was heute bei dir los gewesen ist. Spricht er sich wirklich so schnell rum? Tut mir echt leid, das war wirklich eine Scheißaktion von denen. Ich brauch kein Mitleid. Wenn du meinst. Trotzdem tut es mir leid, das war ernst gemeint. Hm, naja, schon gut. Reden wir über was anderes. Wow, seit wann willst du mit mir reden? Keine Ahnung. Hey, du scheinst dich echt scheiße zu fühlen. Kann ich dir irgendwie helfen? Du könntest mir ein Foto von dir schicken, damit ich weiß, wer du bist. Du willst mich nicht sehen. Glaub mir. Ach komm, bist jetzt einer der Typen, die rumjammern, wie hässlich sie aussehen? Nein, sei unbesorgt. Ich bin mit meinem Äußeren zufrieden. Ich weiß einfach, dass du es genießt, nicht zu wissen, mit wem du schreibst. Ist weniger Druck und du versuchst nicht krankhaft nach mir Ausschau zu halten. Na, du scheinst dich ja auszukennen. Sag mal. Ja? Woher hast du eigentlich meine Nummer? Hm. Hä? Sag schon. Von einem Kumpel. Kein einziger Junge auf dieser Welt besitzt meine Nummer. Lüg nicht. Okay. Ich bin professioneller Hacker und hab mich in dein Facebook-Account gehackt, um deine Nummer herauszufinden. Schon klar. Das ist die Wahrheit. Ich hab kein Facebook, du Trossel. Oh. Wenn du schon auf Stalker machst, musst du auch richtig stalken. Das kann ich ja besser. Tse. Ja, ja. Schon gut. Jetzt mal im Ernst. Wo hast du meine Nummer her? Ein paar Minuten später. Hey, du Arsch. Wir nehmen dich nicht so arschig. Du hast meine Nachricht gelesen. Schon gut. Tut mir leid. Schön. Hä? Dann eben eine andere Frage. Musst du immer alles hinterfragen? Ich muss jetzt weg. Wohin? Geht dich nichts an. Schön, dann interessiert mich es auch nicht. Natürlich interessierte es mich. Aber das musste er ja nicht wissen. So ein Arsch. Er schreppte mich an und dann erlaubte er es sich auch noch, mich nach so einem beschissenen Tag eiskalt abzudrücken. 22.32 Uhr. Hey. 22.38 Uhr. Bist du sauer? 22.56 Uhr. Okay. Es tut mir leid, dass ich vorhin so abwesend war. Ich wollte nur vermeiden, dass du zu viele Fragen stellst. 23.25 Uhr. Okay. Ich sag dir, wie ich heiße. Herrlich? Nein. Arsch. Wenigstens bist du jetzt wieder online. Wenn du mir nicht ein wenig mehr über dich sagst, dann höre ich auf, mit dir zu schreiben. Okay. Ich heiße Chase. Chase, also. Okay. Danke, dass du mir wenigstens deinen Namen gesagt hast. Worausgesetzt, das ist dein richtiger Name. Ich weiß zwar nicht, ob du die Wahrheit sagst, aber ich glaube dir jetzt erstmal. Okay. Sonst noch irgendwelche Fragen? Wie alt bist du? Was denkst du? Keine Ahnung. 50? Bitte sag, dass ich mich irre. Hahaha. Du wirst dich. Eigentlich bin ich 59. Du verarschst mich, oder? Klar verarsch ich dich. Hm. Wenn jetzt mal im Ernst. Das erzähle ich dir wann anders. Nein, komm schon, bitte. Na schön, ist aber wirklich die letzte Info für heute. Okay. Ich bin 19. War das jetzt so schwer? Was machst du gerade? Okay, ignorier mich. Nichts wirklich. Und du? Was ist denn nichts wirklich? Ich liege auf mein Bett, schaue TV und schreibe mit dir. Du? Bin draußen. Wo genau? Willst du mich suchen gehen? Vielleicht. Man kann es ja mal versuchen. Vier Minuten später. Okay. Kannst du einmal eine vollständige Antwort geben? Was zum Teufel soll dieses Okay jetzt wieder bedeuten? Hm? Du kannst es versuchen. Ich bin in der Stadt. Im Einkaufszentrum. Im Ernst? Ja. Ich wusste, dass ich dumm war. Doch kaum hatte ich mit Shades diese Nachricht geschickt, war ich aufgesprungen und in meine Schuhe geschlüpft. Ob er mich nun verarscht oder nicht, ich musste wissen, wer dieser Typ war. Selbst wenn mein Weg völlig umsonst sein würde, hätte ich es wenigstens versucht. So einen Hinweis wie jetzt würde ich so schnell nicht mehr bekommen. Gerade hatte ich das Haus verlassen, da vibrierte mein Handy. Du solltest dich aber beeilen. Länger als eine Viertelstunde werde ich hier nicht mehr bleiben. Verdammt. Bis zur Stadt würde ich zehn Minuten brauchen. Dann hätte ich noch fünf Minuten, aber unser Einkaufszentrum war groß. Gib mir noch einen Hinweis. Warum sollte ich? Ich habe schon viel mehr verraten, als ich ursprünglich wollte. Ich denke, ich sollte gehen. Nein, Chase, warte. Ich finde dich auch so, ohne einen weiteren Hinweis. Ich bin gespannt. Du bist aber noch da, stimmt's? Ja, bin ich. Ah, Allison. Ich kann dich sehen. Ich wibbelte herum und blickte mich hektisch um. Aber um mich herum war alles voll mit Menschen. Verdammt. Du lügst. Soll ich dir beweisen, dass du dich irrst? Wie das? Du trägst eine schwarze Hose. Und ein rotes Top. Ich spürte, wie mein Puls sich mit jeder weiteren Nachricht beschleunigt. Er konnte mich tatsächlich sehen, aber wo war er? Ich wurde immer wieder angerempelt, da ich nicht mehr auf den Weg achtete. Ich hielt Ausschau nach einem Typen, der aussah, als wäre er 19 und hieße Chase. Verdammt, war nahezu unmöglich. Warum war es heute auch nur so voll? Ich beginne mich zu langweilen. Was soll das heißen? Ich glaube, ich werde gleich wieder nach Hause fahren. Untersteh dich. Hahaha. Ist ja gut, Kleines. Wenn du mich so dringend finden willst? Ich blieb stehen. Ich musste mich konzentrieren. Wo könnte er sein? Wenn ich er wäre, wo würde ich mich verstecken, sodass ich ihn trotzdem sehen konnte? Mein Blick fiel auf einen Typen, der relativ unauffällig neben einem Schaufenster stand. Ich ging auf ihn zu. Kurz bevor ich ihn antippen wollte, vibrierte er mein Handy. Der Junge vor mir hatte kein Sinn der Hand. Schnell drehte ich mich weg von ihm und zog mein Smartphone aus meiner Hosentasche. Nein, nein. Glaubst du wirklich, dass ich so aussehe? Keine Ahnung. Was stimmt mit dem Typ nicht? Hm. Er sah aus wie ein eingebildetes Arschloch. Vielleicht bist du ja genauso, wie er aussah. Ich schätze, ich sollte jetzt gehen. Nein, nein, Chase, nicht. Zwei Minuten später. Chase, sag mir, dass du noch hier bist. Dreizehn Minuten später. Sorry. Zwei Tage später. Hey. Bist du sauer? Was denkst du? Du bist sauer. Bingo. Es tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Aber mir wurde das Ganze einfach zu eng. Du hast einige Male zu mir rüber gesehen und kamst mir zu nah. Ich wollte nicht, dass du mich entdeckst. Warum hast du mich dann dorthin bestellt? Du hast gefragt. Was hättest du getan, wenn du ich wärst? Hm. Wahrscheinlich dasselbe. Sorry. Pass auf, ich habe keine Lust auf so ein krankes Spiel. Geh jemand anderen damit auf die Nerven. Hey, komm schon. Was kann ich tun, um es wieder gut zu machen? Mir endlich sagen, wer du bist und warum du ständig mit mir schreibst. Weil ich dir leid tue? Was? Nein. Doch nicht, weil du mir leid tust. Wie kommst du denn darauf? Warum dann? Du kennst mich doch eigentlich gar nicht. Also was willst du von mir? Dreizehn Minuten später. Hey Chase, antwortest du jetzt nicht mehr oder was? Ich weiß nicht. Was heißt hier ich weiß nicht? Schreibst du aus Langeweile? Hm. Was hm? Antworte mir doch ein verdammtes Mal. Na schön. Wenn du es unbedingt hören willst. Ich schreibe dir, weil ich mich langweile. Zufrieden? Ja. Eigentlich überhaupt nicht. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte oder was ich mir erhofft hatte. Aber zu hören, dass er mir nur schrieb, weil ihm langweilig war, tat trotzdem weh. Aber ich wollte schließlich wissen und er hatte mir die Wahrheit gesagt. Jetzt musste ich wohl damit leben. Wahrscheinlich hätte ich genau in diesem Moment aufhören sollen, mit ihm zu schreiben. Doch ich hatte mich, auch wenn es nur wenige Tage gewesen waren, schon an unseren täglichen Chat gewöhnt. Es war eigentlich nichts besonderes, aber trotzdem irgendwie eine total verquirlte Weise zum Highlight meines sonst so verdammten, beschissenen Lebens geworden. Ich seufzte. Doch er war wie alle anderen. Zwar war er nicht fies oder grausam, jedenfalls nicht direkt, doch nur aus Langeweile zu schreiben war auch nicht sonderlich aufbauen. Drei Tage später. Hey, also Allison, es tut mir ehrlich leid, ich hätte dich nicht zum Einkaufszentrum bestellen sollen. Das war scheiße von mir und ich hoffe, du kannst mir nochmal verzeihen. Aber ich habe gesagt, ich schreibe nur aus Langeweile. Ich weiß, ich habe gesagt, ich schreibe nur aus Langeweile, aber das stimmt nicht. Ich, ach, keine Ahnung. Bin ich gut in sowas? Naja, irgendwie ist es halt ganz cool mit dir zu schreiben. Zwei Stunden später. Lass uns das einfach vergessen, okay? Nein, warum sollten wir das vergessen? Ich habe Scheiße gebaut, die sich auch nicht rückgängig machen lässt, indem wir sie einfach vergessen. Ich möchte nicht, dass du es vergisst. Ich möchte, dass du mir verzeihst. Oh, okay. Dann verzeih ich dir. Im Ernst? Oder sagst du das nur, um das Gespräch zu beenden? Im Ernst? Okay. Was machst du so? Gucke einen Film. Du? Geh jetzt gleich schlafen. Okay, dann gute Nacht. Gute Nacht. Ich wachte vor meinem Wecker auf. Moment, nicht mein Wecker. Es war mein Handy. Als ich einen Blick auf das Display warf, blieb mein Herz beinahe stehen. Eingehender Anruf von Chase. Ich nahm den Anruf entgegen. Allison? Ich schluckte. Seine Stimme war rau, aber irgendwas entstellte sie. Bist du betrunken? Ich hörte selbst, dass ich völlig verschlafen klang. Ein seufzender Klang in der Leitung. Nein, ich bin auf Droge, glaub ich. Chase, bist du ein Junkie? Seine Worte hatten mich wirklich geschockt. Fuck nein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Irgendwer muss mir was ins Glas gekippt haben. Scheiße, ich habe Stress mit ein paar Leuten. Seine nächsten Worte waren nur noch ein Flüstern. Bring mich um. Oh mein Gott, Freunde. Richtig krasser Plottwist. Am Anfang dachte ich selbst, Chase wäre ein Stalker und ein Psychopath. Aber dass sich Allison dann in ihn verliebt hat und wirklich nicht mehr ohne ihn konnte, damit hätte ich nicht gerechnet. Was meinst du? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Man kann dazu eigentlich nur sagen, Leute, seid nicht so doof und fallt wie Allison darauf rein und schreibt mit irgendwelchen unbekannten Leuten. Allison natürlich hat auch gedacht, es ist ein Psychopath. Trotzdem hat sie sich dann irgendwie doch in ihn verliebt, verschossen. Krass einfach. Keine Ahnung, was ich jetzt denken soll. Ich muss mich erstmal sammeln. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuhören mit dieser Geschichte hier. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnierst. Dann verpasst du auch nie mehr eine Folge. Aktiviert euch auch gerne noch die Glocke neben dem Abo-Button. Würde uns richtig, richtig freuen. Ihr seid einfach die Geilsten. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen erholsamen Abend. Mein Name ist Showmaster Cayman und wir sehen uns zur nächsten Folge. War es wir wieder. Bis dahin. Peace. Outro Untertitelung des ZDF, 2020